Hallo und herzlich willkommen zu der DJ Live. Wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt, heute mal ein bisschen Karnevalsmusik. Fast the Lovenzick haben wir hier in Köln. Die fünfte Session ist wieder an Start, ihr jange. Und deswegen dachte ich mir, machen wir mal ein bisschen Party. Hula-Palo, sagst du, wenn's so was ist denn? Hula-Palo, wo wärst du, du dazu? Machst mit beim Hula-Palo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula-Palo die Stränder sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di-Oh-di Hula-Palo, Hula-Palo, Hula-Palo. Was ist denn Hula-Palo? Sag mir, wo kommt es her? Wie schreibt man Hula-Palo? Was ist das? Füchte sehr. Ich glaub nur, Hula-Palo ist nicht ganz jugendfrei. Du sagst nur, war ich schon da, babe. Odi, 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 Odi. Du hast so gesagt, dass du hab' ich gemacht, was du mit mir machst, wenn nur du für mich lachst. Du hast so gesagt, dass du hab' ich gemacht, was du mit mir machst. Odi, 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 Odi. Odi, 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 Odi. Odi, 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 Odi. Odi, Odi, Odi. Hula-Palo.